Hallöchen und herzlich willkommen meine lieben Freunde zurück zur Champions League. Jawoll! Es geht gegen Neapel. Ich weiß gerade nicht ob zu Hause oder Heimspiel gegen Neapel. Da muss ich natürlich möglichst wenig Gegentore zulassen. Und ja, ansonsten... Oh, Problem selbstbeheben. Wer ist denn... Ah, der Götze ist verletzt. Dann den lassen wir über Geister mal spielen. Ja, so Philipp Lahm. Auch gelb vorbelastet. Ich möchte jetzt aber wieder den Reus. Malu kriegt die Pause. Telemans kriegt die Pause. Costa für Robben. Und dann habe ich keinen Endverteidiger, den ich hier mache. Ja, das ist natürlich ein Problemchen. Da habe ich einen Endverteidiger zu viel verliehen. So, Götze und Müller. Beide verletzt. Hoffentlich kommt da kein weiterer dazu. So, so wird jetzt gespielt gegen Neapel. So, auf geht's. Auf geht's. Nochmal drücken. So, Heimspiel hatte ich ja schon gesagt. Rot gegen Blue. Teammanagement war ich gerade drin. Alaba wieder dabei von Anfang an. Genauso wie Reus und Geis auf der ZOM-Position. So. Wir wären auch schon soweit. In der Allianz Arena. Empfängt der FC Bayern SSC Neapel. Es läuft im Moment nicht rund. Die Phase habe ich schon öfters gehabt. Letzte Saison kam dann Barcelona im Achtelfinale. Wo ich dann durch anfing, durchzustarten. Die spielen gegen Schalke, die Barstles. Okay. Geile Begegnung, wenn man sich das angeguckt hat. Also da gibt es auf jeden Fall im Viertelfinale, sollte ich das erreichen, einen namhafteren Gegner. Aber erstmal reichen. Wie gesagt, heute am besten 1-0, 2-0 gewinnen. Drei Tore in den letzten drei Spielen. Hi-Guin. Ja, ein bisschen neblig ist es. Ich spiele eigentlich mit meiner fast ersten Elf. Wie gesagt, ich hätte... Einen Fehler habe ich gemacht, Max Meier zu verleihen. Ich hätte Meier Götze verkaufen sollen. Denn... Ja, naja. Für die nächste Saison habe ich ja bereits Wesley Snyder verpflichtet. Und nochmal vor ein Jahr, mal gucken, ob der nochmal was reisen kann. Ja, so. Also die Mannschaft begrüßen sich das ganze Geplänkel. Überspringen wir und auf geht's. So, ich bin ja froh, dass Reus spielen darf. Eigentlich müsste es eine Champions-League-Sperre geben. Denn er hat ja schon für Barcelona gespielt. Da ist er, Marco Reus. Und... Ach, kommt nicht durch. Schade. Da wollte ich viel früher Costa anwählen. Irgendwie wohin. So, Klünter auch ein junger Mann, der noch Erfahrungen sammeln muss. Oh, ein bisschen steil. Schade. Oh, also Neapel. So, Lahm auch wieder dabei. Also kein Tielemans, sondern Lahm. Jetzt. Oh, Ecke. Schade. Thiago wäre so schön anspielbereit gewesen. Ja! Jetzt klappt's. Lewandowski nach Geist vor Arbeit. 1-0. Warum läuft es in der Champions-League wieder anders als in der Bundesliga? Ja, Lahm diesmal auch von Anfang an. Neben Thiago. Ergeißung. Er ist schon ein starker Spieler und er wird auch immer besser. Oh, Reus kämpft und holt den Ball. Schön behauptet. Klünter. Oh, schade, wenn ich da vorbeikomme. Ist hier Achterbahn. So, die spielen gerade sehr verhalten. Das wundert mich. Joho. Ja, auf Mustafi vertraut und der kriegt das auch hin. Oh, Thiago hätte spielen sollen. Oh, Vorsicht. Was für ein Glückspass. Na, schade, Lewandowski kriegt den nicht weiter. So, Neapel scheint sich vom Schock gerade zu erholen. Vom Schock des Rückstands. So, Lahm startet auch gut in dieses Spiel. Reus stark auf Klünter. Der Platz. Schön. Ja, nein. Reus macht nicht mehr mit. Schade. Ich mag es ja so durchstecken, den Ball. Von rechts nach links. Und wieder Ecke. Riskant. Riskant. So, Geist diesmal wieder. Elfmeter Punkt. Boateng wäre da gewesen. Und wieder Ecke. So, wieder da ungefähr, wo Boateng ist. Klünter sichert hinten mit ab. Schön jetzt auf Thiago. So, und wieder schön aufbauen. So, ein bisschen. Geist, Junge. Also, Neapel bettelt gerade so ein bisschen. So, wie gut er ihn. Der ist schnell. Stark. Oh. Also, ich will da jetzt nicht auf Elfmeter rumreiten, aber der Appel bettelt. Und ich muss es auch machen. Im Rückspiel kann es sich natürlich auch wieder... clever freigespielt. Zapata hier, wie er heißt. So, schönes, langes Ding auf Reus. Ist er schnell genug? Reus ist schnell. Ist er schnell genug für diesen Ball? Geist, ja! Was für ein cooler Ding, aber am Ende und unterm Strich doch schön ausgespielt. Neapel hat drum gebettelt. Komisch, diese Spiele. Also, dieses Spiel habe ich im Griff. Und das Spiel hier vor Ort gegen Gladbach, wer es gesehen hat, ich hätte das auf 3-0 verlieren können. Also, wo es 0-0 ausging. Und heute läuft es wieder. Ja, also, Champions League ist im Moment einfacher als die Liga. Auch wenn es nur Neapel ist, schwer zu sagen, aber die müssten noch ungefähr Gladbachs Niveau haben. Vielleicht ist der Heimspielfaktor heute, Solimand Dosti, stark. Beim 3-0 würde ich mal sagen, war es das fast. So, jetzt die Frage. Werden sie richtig mutig? Heißt, sie machen hinten auf, geben mir Konterraum. Konterraum. Also, Raum zum Kontern. Boateng, stark und clever. Vielleicht liegt es an Geist, vielleicht an Lahm. Ich habe keine Ahnung, wer was heute die Stabilität in dieses Team bringt. So, vielleicht war es zu früh für Thielemanns und Reus. Zwei neue, die sehr, sehr viel Geld gekostet haben. Ja, da weiß man, was ich vorhatte, ganz klar. Ich versuche es erstmal weiterhin. Wenn ich merke, Neapel drückt aber auch so ein bisschen, dann gehe ich auf Konter. Denn 2-0-Führung im Heimspiel ist ein perfekt, fast perfektes Ausgangsergebnis. Reus. Nein! So, mit fünf Mann vorne, das ist natürlich viel, da muss ich aufpassen. Ich dachte gerade, ich kriege einen Anruf, aber nein, mein Handy startet neu. Ja, dieser Alava. Ja! Oh, Philipp Lahm. So, diese. Ja, Wahnsinn, Boateng. Oh. Ich wollte gerade sagen, diese punktartigen Angriffe, der, ja, Plan muss sich ausbaden, aushalten. Und dann kann ich einen Konter fahren. So, wie jetzt. Nein, da noch nicht hin. Boah, schade. So, ähm. Wie spät ist es, wollte ich gerade sagen. Ähm, Thiago, da merke ich schon. Brauchen wir einen Vidal. Dann. Bringen wir Ronaldo vorne für Leva. Und... Ich brauche den Geist im nächsten Spiel wieder. Also, fit. Deswegen nehmen wir den auch mal vom Platz. Jetzt. Shit. Ecke. Naja, man kann jetzt gewechselt werden. So, Wechsel über Sprung. Neue. So, Konter. Oh, der ist vor-trieblich gefährlich. Boah, weg damit, bloß weg Ich wollte gerade sagen, bitteschön, pfeifst du mal Also mit dem 2-0 wäre ich mehr als zufrieden So, Neapel scheint hier jetzt auch nicht unbedingt Schade Und wieder Freistoß Reus Ah, ich hab doch einen Geist Schlechter Freistoß, wirklich schlecht Ich mag eher die, die dichter dran sind CR7 hätte ich auch gehabt Naja Letzte Saison keine einzige Alternative gehabt Für Freistoße, außer Geist Und jetzt hier Gleich noch mal ein paar mehr Oh Also ich bin so ein bisschen Zwiegespalten Zu sehr auf Abwehr könnte ich natürlich ein Gegentor bekommen Andernfalls 2-0 halten ist natürlich top Ein Ruf Bayern Schnell Jungs Ich hab so einen geiler Abwehrspieler Boah, und Reus hat wieder Platz Nein Ein Ein 3-0 ist praktisch wirklich Oh Boah Hoffentlich Außenpfosten, keine Ecke Ja, wie gesagt Ein 3-0 wäre hier Zu einem Hinspiel Fast Ja Ja So, wieder über Reus Stark Und Ronaldo Nach so einer Riesen-Reus-Aktion Das ist doch nicht zu glauben Da hat man den besten Spieler überhaupt in FIFA Und der trifft das Tor nicht Was mache ich Ja Zweimal das 3 Ne, zweimal Na ja, auf jeden Fall Also Das war natürlich Wenn das keine hundertprozentige war So, nochmal Ecke Ist das zu fassen So, Reus Mustafi Da ist das 3-0 Wie geil Ja, am Ende fällt es dann doch noch So, Ecke Reus Also, Reus hat dann in diesem Spiel doch gut geflügelt Beides Und Mustafi Der sich sehr gut schon entwickelt hat Da bin ich echt zufrieden mit So, jetzt müssen wir das 3-0 natürlich noch Mit einem Abwehrriegel über die Runden kriegen Dann sind wir alle glücklich Bis zum Rückspiel So, Ronaldo nochmal Oh So, Vital So, wenn er da mitmachen würde Der Drax oder wer das gerade war Scheiße Ich krieg's nicht hin Das wäre Ah, naja 3-0 ist mehr als perfekt Ähm, 4-0 habt ihr gerade gesehen Wäre zweimal drin gewesen Also einmal ein zweites 3-0 quasi Naja Ja, wenn Reus nicht bester Mann ist heute Weiß ich auch nicht Vor allem zweite Halbzeit Geile Flügelläufe Sensationell Tor von Geis Ach ja Ja, hier Lewandowski Auch direkt weiter Und dann so ein Kullerbällchen Geist mit links Das ist natürlich Könnte auch der beste Spieler sein heute Es ist Reus 8,5 Ja, recht wenig Ballbesitz Immerhin mal wieder 9 Schüsse aufs Tor Wolfsburg 0-0 Gegen Valencia Okay Ach So, ich bin froh Dass ich mal wieder ein Spiel gewonnen habe Nach langer Zeit Mal gucken, was jetzt in der Liga kommt Mainz Angstgegner Und Leverkusen hat immer noch Oh, die haben auch eine Unentschieden gespielt Toll Da hätte ich zwei Punkte rankommen können Naja Noch ist der Spieltag 14 Tage lang 14 Spieltage lang Wir sehen uns beim nächsten Spiel Bis dahin Wie immer sage ich Ciao, Tschüss und auf Wiedersehen Okay